Ja, herzlich willkommen zurück auf der USS Titan. Wir drücken mal E und kämpfen gegen die ganzen... gegen Halb-Asien. Zu dritt wohlgemerkt. Und wir gehen gleich wieder drauf. Halt auch nicht. Aber hier geht doch mal drauf, Alter. Geben wir nicht auf die Eier. Sehr gut. Jedenfalls haben wir... sind wir mit den größten... Ich weiß gar nicht, was der für uns ist. Fallidioten auf diesem Deck. Äh, diese... diese Kern... Ist das ein Kern? Ist das schon ein Kern? Ich weiß gar nicht. Ähm... Auf einem Deck. Und das ist einfach übelste Hurensohn, wie wir schon letzte Folge gegeben haben. Tja, souvering gelöst. Drei Prozent. Lol, wieso bagge ich in der Decke rum, ey? Was ist das? Mann, ey! Ey, ich bagge in der Decke rum. Die... Da ist, Alter. Da ist. Ich bagge in der Decke rum, kann ich schießen und sterbe? Super, ey. Ey, leg doch. Ey, ohne Kacke. Ja, sauber. Ich hab auch keine Muni mehr. Das war alles Kacke. Ah, die hat das zwei einmal schon mal freigeschaltet. Ist doch schon mal, schon mal was. So, der ist weg. Oha. Nein, ich wieder Schrot, Alter. Ey, die gehen alle nicht drauf. Das ist doch zum Kotzen. Ja, Granaten kann ich auch werfen. Und zwar ein Mehrfachkill sogar. Alle tot? So schnell? Oha, was geht hier ab? Fuck. Fuck. Scheiße. Natürlich, natürlich, finde ich. Stell dich dahin, wo alles zusammenbricht und stirb einfach. Natürlich, warum nicht? Tue ich denn? Tue ich, meine ich tue. Natürlich tue ich das. Warum auch nicht? Geh nicht in mich rein, Hurensohn, ey. Natürlich, stelle ich wieder da rein, wo alles explodiert. Ey, was ist das? Verdammte Scheiße, Alter. Boah, Hammer, ne? Das darf, das, das kann's doch nicht sein, ey. Wechsel doch die Scheißwaffe jetzt. Sehr gut. Wir die Waffen voll verziehen, ey. Ist echt nicht feierlich. Ey, wieso schieße ich so komische Salben? Was ist denn das? Wieso mache ich keinen Schaden? Achso, weil es unserer ist. Ey, wieso kriegt der da keine... Lol. Was schießt denn da so? Ey, irgendwas geht hier grad mächtig schief. Geil, Lohn. Hier, geh sterben. Ja, was sind das für Punkte? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Okay, jetzt nochmal hier den Granat-Launcher wegknallen. So, weg mit dir. Ja, ich hab grad auf die Bombe geguckt, ne? Und hab mir gedacht, ja, wenn die nicht explodiert, dann geht hier irgendwas schief. Und auf einmal bummst alles weg. Entkomme von der Titan. Weg hier. Sehr geil. Jetzt gibt es eine Wasserschlacht. Brauns haben wir schon mal. Erst. Und die M4 freigeschaltet. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich gehe mal da hin, wo der Pfeil ist. Oha. Sehr nice. Okay, also einer aus meiner FL ist auf einen Multiplayer-Server gejoined. Cool. Zu wissen. Und die MX4 auch noch. Sehr schön. Puh, der war nice. Oh, wie viele Gegner hier auf einmal hergekotzt sind. Hergekommen. Aber ich will noch Gold kriegen. Digga, das kannst du mir nicht nehmen. Ich würde unbedingt noch Gold kriegen, habe ich gesagt. Wie viel brauche ich noch für Gold? 800 noch. 800 ist auf jeden Fall noch machbar. Ja, auf jeden Fall kriegen wir jetzt noch Gold. Finde ich nice. So, das sind schon mal 400. Und hier ist die Gold. Nice. Sehr cool. Und die Usas haben wir auch schon freigeschaltet. Ich hasse diese Waffe, aber trotzdem, wir haben die freigeschaltet. Yay. Am Arsch. Das machen wir gleich fertig hier. Ich treffe zwar keinen, aber trotzdem einmal mal draufballern. Oha. Ist das der Endboss, oder was? Aber wir können auch zoomen. Das ist natürlich gut zu wissen. Bisschen spät, aber wir gehen eh gleich drauf. Verdammte Scheiße. Ich wusste nicht, dass wir zoomen können. Verdammter Auge. Erstmal aus, Hust. Dann kämpft es sich auch gleich viel besser. Scheiße, meinst du der Heli? Der wird uns fertig machen. Komm mal her. Komm mal her. Halt die Fresse. Der ist jetzt nicht gleich down, oder? Wieso brennt er manchmal auch nicht? Manchmal wieder. Manchmal wieder nicht. Ganz komisch. Dieser Heli Pop da. Aber jetzt ist er weg. Dann müssen wir hin. Zu dem. Einmal reinschießen, damit er so anklopfen, ne? Damit wir wissen, jetzt kommen wir. Lol. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Lol. Das wird echt gerade geentert. Nein. Geh nicht drauf. Geh nicht drauf. Geh nicht drauf, Baby. Geh nicht drauf. Nein. Nein. Verdammt. Wieder viel zu offensiv. Aber es fällt einem erst wieder nach hinten und auf. Ja, geil. Geh nicht drauf. Und wieder zurück. Boah, zwei Prozent, Leute. Zwei Prozent. Scheiße. Scheiße. Wir müssen zerbrücken. Sofort. Zerbrücken. Geh voraus, Riker. Verbrauch. Keine Ahnung. Ja, okay. Dann gehen wir halt mal voraus. Wie immer. Nicht nur einer. Kröner hochbleiben. Ja, dann lass mich doch durch. Ja, wenn ich da durchkommen könnte, dann... Ja. Welches ist jetzt drin in dem da wahrscheinlich? Dies Dinger nehmen wir jetzt mal mit und gucken, was wir mit der Schönes machen können. Ja. Geiler Scheiß. Erstmal an die Decke feuern. Wieder an die Decke, ey. Was geht denn ab? So, Nummer eins. Hm, hust, hust. Als ob die nicht selber die Tür aufmachen könnten. Ehrlich wahr. Wieder viel zu offensiv. Siebzehn Prozent so, Leute. Sechs Prozent, Leute. Wir haben zwar noch die QB... QBZ... QBZ. So, weg mit dir. Alles klar. Wo ist Garrison? Durch die Tür? Okay. Also noch die Tür. Fynn hat sich fertig gemacht. Briech die Tür auf! So, Scheiß, Pack, mach du! Fuck. Loll, der hat sich fertig gemacht. Jetzt haben wir nicht zugeschaut. Super. Scheiß! Tür! Was uns aber hinter dieser Tür erwartet, sehen wir leider in der nächsten Folge. Erst. In diesem Sinne, haut da rein. Bis morgen. Ciao.